Was war das denn? Was war das denn? Das war ein Mordversuch Ich werde Ich werde Jessica Fletcher anrufen Der hat keine Quest Du lügst Aber Scooter sagt mir, er hat ja Scooter sagt mir aber die ganze Zeit, er hat einen Job Oh Hä? Was oh? Der hat bei mir eine Mission, Level 51 Welche? Die allererste, die man bekommt Die hat er bei mir grad schon wieder Wieso Level 51? Das ist vom zweiten Durchgang Warum ist das vom zweiten Durchgang? Was redest du da? Komm, wir wollen jetzt nochmal looten Was Was willst du looten? Du willst doch nochmal looten Ja So kaputt looten Wie kaputt looten Ich leck doch so hart Du leckst immer hart Verdammt nochmal Willst du das jetzt noch machen? Schaffen wir das noch? Vor was? Bevor deine Aufnahme wieder vorbei ist Musst du noch irgendwo hin? Oder hast du noch was vor? Hast du eine Verabredung oder? Nee, aber du hast doch immer hier so einen Countdown laufen Hast du wieder so eine Natur-Sekt- und Kaviar-Party oder was geht ab? Du hast doch immer deinen Countdown laufen Das ist kein Countdown Das ist eine simple Anzeige, die anzeigt Wie lange wir schon aufnehmen Ja, und dann sagst du wieder Oh, das war genug Zeit mit ihm Jetzt bin ich mal wieder für einen Monat raus Für einen Monat? Wenn wir Wir haben doch schon wieder August Hallo, wenn wir aufgehört haben Haben wir immer zwei Jahre Pause gemacht Mach du nicht einen Monat Also hör auf zu Lava Ich hab nicht gesagt, welches Jahr August Nee, hast du auch nicht Und es ist trotzdem falsch Er lügt Lass dir von ihm keine Lügen einflößen Lügenmaul Ich weiß nicht, was du da schon wieder machst Vor allen Dingen sind das jedes Mal so pisst kleine Kanten, an denen du hängen bleibst Ich sag dazu jetzt nichts mehr Ich hab's ja auch genug gesagt Du bist und bleibst einfach ein Erdnussbutter Eugen Ich dachte ein Mysterium Nee Wobei Erdnussbutter Eugen schon ein Mysterium sein kann At end, exit now Okay Da stand was von Secret Final Boss Wo? Auf dem Schild da Ich wollt grad sagen, ich kann endlich mal vernünftig fahren Und dann weg die Zoffen verlieben Schiebung Hate Camp Was? Root Camp? Hate Camp Achso, kein Head Camp Das war nicht schlecht Einparken kann ich Jetzt müssen wir nochmal komplett überall durchfahren Jaaa Nur für diesen blöden Tresor Für dieses Mal Für Loot, den man nicht braucht, weil man das Geld nicht braucht Denk dran, dein Inventar leer zu haben Das ist leer Ich hab nur 13 drin Nur 13 Oh, so viel Das ist nicht leer Ich habe auch noch Sachen im Inventar, die ich nicht unbedingt verkaufen will Wie, sowas gibt es? Ja Was will man denn noch übrig haben? Moment, müssen wir hier durch? Ja, ne? Du erhältst einen Mehrzweckgranaten Ey! Aus! Böser Schocktrupe Und eine Laserstrahl Düm, 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 düm Wow! Ah, er hat dich erwischt Ich glaube der Laserstrahl ist bei mir anders als bei dir Bei dir ist so einiges anders Ja Aber ich versuche schon gar nicht mehr das in Worte zu fassen oder zu verstehen Und du hast auch nicht mal alles gesehen Was? Hast alles gesehen? Vor meinem Bildschirm Was hier alles anders ist Hast du wieder irgendwas gemoddet oder so, oder? Neee Ausnahmsweise nicht Sonst wäre es ja wirklich kaputt So, wo muss ich jetzt landen? Geradeaus, geradeaus und dann rechts Du kommst hier nicht mehr raus Was? Was war das denn jetzt? Hast du genossen? Ich habe genossen, Kamerad Moment Moment, hier drüben geht es weiter Stash your craft Moment, das ist eine Wache Hier drüben geht es weiter, bo Boing Das war alles geplant Zum Glück hast du die Mine nicht gesehen? Hab ich doch Aber du hast nicht drauf geschossen War da noch eine? Ja, sag ich ja, du hast sie nicht gesehen Da war keine Doch, direkt im Kreis und innen Echt? Was ist passiert? Ich habe es nicht gesehen Was ist passiert? Ich habe es nicht gesehen Kommen sie, kommen sie Weißt du, was ich jetzt in diesem Moment einfügen werde? Eine Aussage von dir von vor ein paar Folgen Nee, hier kann man gar nicht von der Strate fliegen Hier sind überall unsichtbare Wände Hier sind unsichtbare Wände Hier sind unsichtbare Wände Schnitt Krankenwagen So viel zu dem Thema Unsichtbare Wände Jetzt kannst du dir Ich wollte dir nur die Mine nochmal zeigen Ja, alles klar Genau das wolltest du Hier, da rechts Ja Weg ist sie Weg ist sie Ich, ich muss gleich gehen Wo muss ich? Ich halte das nicht mehr aus Das ist ne Rampe Nein Doch 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 Nein, hör auf! Hör auf! Es klappt nicht Es laggt Warum mache ich es langsam? Komm! Naja, fast Das wäre fast ein bisschen lustig Aber wir müssen eh laufen Ja Guck mal, hier ist doch der Checkpoint Checkpoint Charlie Benannt nach einem der Weasley Brüder Was? Nichts! Welcher Weasley heißt denn? Checkpoint Da ist der Fall Da sind sie Da sind sie Und so gut ein Freunde Sind schon beide tot? Da sind sie Da sind sie Mach sie fertig! Dann greifen wir einfach durch Oder kämen wir? Ich glaub du hast dich grad entschieden Du hast keinen Bock mehr Der wird's weg von mir Stehen geblieben Ich kann Abkürzung nehmen Ich krieg dich noch Los Vogel Brech ihm die Beine Wer heißt denn Checkpoint? Checkpoint Weasley Das ist doch der mit der Karte, oder? Welche Karte? Die Karte, wo Harry weiß wo er hingehen muss Mit den Checkpoints drauf Die Karte des Rumtreibers Ja Die hat Harry Und er heißt nicht Er heißt nicht Checkpoint Potter Nee Aber auf der Karte sind Checkpoints Damit Harry weiß wo er hin muss Nein Warum heißt das doch die Checkpoint Karte Nein, das heißt die Karte des Rumtreibers Ja und wer hat sich rumgetrieben? Checkpoint Charlie Nein, Charlie Weasley Charlie Spitze damit Checkpoint Weasley Ja Genau Müssen wir jetzt noch Müssen wir noch mal gegen den Guck mal Kaffi Hier kann man reingehen Guck mal hier ist ein Eingang Nein Nein Geil Müssen wir jetzt noch mal gegen den General kämpfen Da ist ja die Tür Woher Fahrstuhl Hoffe ich doch, ne? Nein 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 Da war doch einfach Guck mal wie wenig Schadendämmer Gleich haben wir den Streikel getot und wir können einfach die Energiekacken Achso, hehehe, dann wird dir gar kein Säule schaden, das war ja, das war ja ein Pfeißen in meinem normalen Umbau, doch, komm mal, da ist er tot, das ist die Piesse, geht dir schon die Tür auf, oder müssen wir den Gast auch an Türen? Wo bist du, wo bist du, ich bin noch vor dir, ich bin noch hier, achso, achso, okay, hab dich gefunden, so, du hattest doch irgendeinen Glitch, ja, oh, ich dachte gerade, ich habe dieses Tor unter uns geht auch, ja, wo müssen wir entlang, müssen wir hier rein, ne, das ist der Ausgang, ne, wir müssen hier einmal außen rum, du stehst vor dem Ausgang, kommen sie, kommen sie, kommen sie, und wie kann man jetzt da durchglitschen? Ja, warten sie, warten sie, warten sie, rennen sie nicht zu weit vor, also, hier geht noch, aber gleich nicht mehr. Wie, gleich nicht mehr. Hier, hier drinnen müssen wir aufpassen. Machst du die Treppe kaputt, oder was? Ne, 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 Moment, Moment. Warum müssen wir aufpassen? Moment, Moment, hier ist die, hier ist die, hier ist die Fabrikatür, hier müssen wir aufpassen, also, hier können wir noch durch, die ist ja offen, so, und, ich glaube, ich habe es auch noch nie gemacht, von daher bin ich gerade so, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Warum denn vor, warum? Wir dürfen nicht zu weit gehen, sonst starten wir den Trigger, so, und jetzt hier ist, glaube ich, hier, der Boden kaputt, und dann können wir durch, hallo, hallo, hier, vorne klappt sich durch, so, und jetzt kommen wir hier rein, und jetzt sind wir drin, aber dann können wir den Quest, wir können den Quest nicht abschließen, doch, 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 wir müssen nur aufpassen, ähm, hier ist irgendwo der Fahrstuhlraum, da dürfen wir nicht rein, also, da, wo wir eigentlich runterkommen, in den ganzen Raum, dürfen wir nicht, sonst starten wir die Mission, das heißt, wir haben jetzt ein bisschen mehr Zeit, bis wir aus Versehen dumm sind und reinglitschen in den falschen Raum, oder reingehen. Bis wir aus Versehen dumm sind? Ja, das ist bei mir... Holy shit! Mit! 156.000. 84.000, nehme ich mit. Sag mal Bescheid, wenn du Revolver siehst. Ui! Ah, das sind langweilige Pistolen. Steel Bruiser. Angry Shotgun. Hier sind echt gute Sachen dabei. Ja. Also vom Preis her. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, wir müssen, wir müssen die guten Kisten erstmal aufmachen. Hier ist ein Gunner-Ding. Latta und Zeug. Okay. Ist noch eine Kiste? Okay. Okay, okay. Hier dürfen wir doch rein, ne? Vorsichtig! Vorsichtig! Oh, was ist hier noch? Mann ey, die fandest du nicht so gut. Ja, die sind alle irgendwie doof. So. So. Hier. Willst du mitfahren auf dieser Seite, oder? Shit's the class mod. Das sind die richtigen Kisten. Die fünften Kisten. Da kann der richtig gute Scheiß drin sein. Sieh dir das an! Mhhhhh, gut gut gut. Wie teuer die auch sind, ey. Eieiei. Kann ich dich jetzt darin einsperren, wenn ich wegfahre? Ich teste es mal nicht. Wie langsam wir jetzt vorgehen. Ja, wenn man Zeit hat. 121.000. Hier geht es doch nur ums Geld. Das würde ich schon gerne mal testen. Aber ich bin ja nicht so. Alter, wie viele Kammern sind hier denn? Viel. Und das ist nur ein Raum. 151.000. 94.000. Schockschaden. Fitness. Erneut abdrücken. Aber ich wünschte mir so oft, dass ich häufiger erneut abdrücken könnte. Das ist großartig! Der Revolver ist leider nicht so geil wie mein jetziger Säure-Revolver. Das weiß ich jetzt schon. Aber bei meinem steht extra bei, dass er eine hohe Chance hat. Ich nehme ihn trotzdem mal mit. Zum Test. Steel Matador. Oh. Besseren Blitzrevolver hätt ich auch mal gerne. Oh. 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 Da kann ich ja mal irgendwie diese ganz krassen Gegenstände sein. Es gibt doch noch krasser als die legendären. Oder legendäre wenigstens. Ich- ich weiß nicht ob die überhaupt schon spawnen können. Ob die nicht irgendwie eine Level Begrenzung haben, oder so. Das tut mir mein Wut. Du luke mal, ich guck mal kurz meine Skills durch, ob ich grad dumm bin. das ist großartig super damit habe ich nicht gerechnet team scavenge extra items ach das ist gar kein skill der besser wird dass das einfach hier ist was für in jäger class mod 48 prozent dort wegen schaden plus das ist nicht das was ich spiel beide doof jetzt müssen wir nach unten was spielst du denn pistolero denken ganz länger unter uns sind noch mal drei ja ganz werden doch langsam gut hier die für 110.000 ist doch gar nicht mal so schlecht oder in aller ruhe einkaufen es ist wie wenn man nachts an so einem deshalb penetrator sniper killer aber das ist hier als wenn man irgendwie nach seiner riesigen spiel waren geschäfte ist einfach alles gut eingesperrt Ja, und nicht so wie bei der Sendung, die früher auf Superheader lief. Du hast jetzt eine Minute Zeit, alles in den Einkaufswagen zu packen, was du willst. Und die Kinder einfach zu dumm waren. Noch eine legendäre Waffe. Ja. Die waren echt mega dumm und ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Aber ich habe ein cooles Schild gefunden. Warte mal, den kann ich mal wegwerfen. Neh mal ein bisschen was mit. Einfach nur, um so zu tun, als ob ich was mitnehmen würde. So, eine Kiste hier noch. Dann haben wir diese Seite schon mal durch. Eine von drei. Verarschen. Ich habe jetzt schon keinen Platz mehr. Ja. Sollst du auch nicht alles mitnehmen. Trag mal, wieso es hier ein Zeitlimit gibt. Hier ist Bewaffnung. Zieh dir das an. 150.000? Ja. Uh. 900 Kapazitätsschild. Ich habe ein 1.000 Ding. Kleckst du hier mit seinem Schild rum? Was mache ich mit meinem Schild? Rumflex. Guck mal, ich kacke schon ganz. Geil. So. Das war Nummer 1. Hier, ich hab ne voll lower 63.000 Pandora-Dollar-Waffe. Die muss ich erstmal wegschmeißen. Echt mal. So, wo dürfen wir jetzt nicht rein? In welchen Raum? Nach vorne, ne? Einfach erstmal an der Kistenöffnung, bevor man durchguckt. Irgendwas Revolver-mäßiges. Super, damit hab ich nicht gerechnet. Hat nicht mich. Yo. Weil die gut ist. Was, die ist gut? Das sah grad nicht so aus. Deswegen hast du sie auch genommen, ne? Ich hab nur aufs Geld geachtet. Welche ist denn das? Die hier? Au. Dürfen wir in den Raum da drüben? Ich glaub, wir dürfen noch nicht da vorne über die Linie. Das ist der Fahrstuhlraum. Ach, da müssen wir ja durch, um in den Rest zu kommen, oder? Weiß ich nicht. Das heißt, wir müssen uns ja gleich beeilen. Aber das ist dann so ein Stress. Und Stress kann dich überhaupt nicht vertragen. Ah, kriegst du dann wieder Pustel. Pustel? Ist ja wie Weihnachten. Ja. Ne, Pustel. Überaus zufriedenstellend. Scheiße. Sieh dir das an? Ja. Ich seh mir das an. Guck mal, selbst wenn ich auf die Raketen schieße, geht nichts kaputt. Ist ja so lustig, wenn sie einfach hochgegangen wäre. Sicher, dass wir nirgendwo anders lang gehen können? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich hab's noch nicht getestet. Da oben können wir doch bestimmt hin. Schon wieder nur Pistolen. Hallo. Moment. Von diesem Ding aus können wir nach oben. Was an diesem Ding? Und dann da oben weiter gehen, oder nicht? Kommen wir hier hoch? Da. Wir können aber nicht nach hinten fahren. Okay, Spiel. Okay, nicht runtergeglitscht. Kann ich jetzt mal gucken, wo der Fahrstuhl hier hinfährt? Ja. Noch weiter. Oh. Noch weiter nach oben. Ja. Okay, hier gibt's Waffen. Sieh mal an. Hm. So eke Musik auch. Hier in die Mitte kommt man auch irgendwie rein. Wie viele Ecken es hier auch gibt, wo man rumlaufen kann. Ja, und man würde die normalerweise nie sehen. Wenn man so viel Zeit gar nicht hat. Ja. Weil man sich einfach abhetzt. Kann man das hier runter machen? Da will ich nicht hin, das sieht mir so eine Fahrstuhl aus. Kann ich sie dazu machen? Danke. Komm, wir werden alles mal testen. Oh, hier ist bestimmt noch eine Gude. 300.000! Was ist das denn? Soul Rifle. Ist ja wie Weihnachten! Das ist großartig! Das ist großartig! Kann man sich voll verlaufen. Okay, da es... ...nicht so was krasses ist. Die ganzen Waffen bringen einfach gerade gar kein Geld mehr. Ja gut, die Klassenmacht für 200.000 vielleicht. Ist ja wie Weihnachten! Hm. Sehr verwirrend. Sehr verwirrend. Okay. Okay. Okay! Okay! So, hier geht's nicht weiter. Choco, 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 Choco. So. Noch einen höher, oder wie war das jetzt? Ja. Bis wir uns verla... ...bis wir uns verlaufen und alles kaputt geht. Was passiert eigentlich, wenn wir sterben? Dann sterben wir doch nur, oder? Die Waffen behalten wir doch. Also, wieso überhaupt rausrennen? Irgendwie mag ich nicht so die Raketen, wer von diesem Spiel ist. Guck mal, das ist die Zentrale hier. Wie ihr mir einfach die Shotgun wegschnappt. Ja, brauchst du doch eh nicht. Das sieht sehr nach Fahrstuhlrauben aus. Ja, ich hab keine Ahnung. Sonst wird es... Oh. Oh. Die macht mehr Schaden als meine. Das Ding hat einfach über die Brüste geflogen. Nein. Warte mal. Welche von den beiden guckst du dir denn an? Ist ja wie Weihnacht. Ja, die ist ja gar nichts wert. So. Ich glaube, jetzt haben wir Pech. Wieso? Wissen nicht. Da ist noch eine Truhe. Hier. Für heute ist immer Platz. Okay, auf der anderen Seite auch. Super. Damit hab ich nicht gerechnet. Jacobs. 115. Also dafür, dass sie plus Damage hat, sieht sie ziemlich Damage los aus. Oh, so viel Lot. Lot, Lot. Das ist das, was ich mag. Ich find's auch lustig, wie Markus' Gesicht überall draufklippt. Ja. Der hat sich hier erstmal überall breit gemacht. Wie ich jetzt schon Waffen wegschmeiß, die 80.000 bin, weil die einfach wertvollere Sachen liegen. Wo kann man jetzt noch hin? Ich weiß es nicht. Ich glaub, wir müssen gleich mal hier das auslösen. Und dann pimmeln wir die 230 einfach nur ab, weil wir schon alles gelootet haben. Ja. Da unten ist noch was. Guck mal. Was war das? Ich weiß es nicht. Aber allen anscheinend macht nicht der Countdown. Oh Gott, was piept hier. Oh Gott. Es ist noch mehr. Hier müssen ja auch viele Leute looten können. Kappe ins Nichts. Scheiße. Sieh dir das an? Ja. Genau. Hier wurde es ausgelöst. Wo rennt jetzt der Countdown? Nee. Wieso rennt der Countdown nicht? Kommen wir jetzt überhaupt raus? Verdienen wir unseren ganzen Loot? Haben wir es verkackt? Sind wir gefangen im Limbo? Wieso? Wenn wir das einfach verlassen, dann dürfte doch nichts passieren. Solange das Spiel gespeichert hat, ja. Wenn wir das Spiel nicht speichern, dann ist es doof. Haben wir gerade eine Viertelstunde für nichts. Ach, wir kommen hier schon raus. Wir machen einfach die Mission fällig und dann... Dann geht das. Ich glaube, ich kann hier was auslösen. Da ist auf jeden Fall hier so ein Knopf. Ja, das ist hier zum Runterlassen. Sind sie jetzt schon so weit durch mit dem Dooten? Haben wir alles gesehen? Glaube ich. Ich weiß nicht. Also das sieht für mich ziemlich leer aus. Also nicht leer, aber offen. Wo geht denn der Quest? Wo bist du denn? Ich bin runtergesprungen. Also sonst kommen wir auch gar nicht raus. Die Tür ist ja noch zu. Okay. Kriegen wir die Mission gestartet. Da oben müssen wir hin. Ja. Wir wollen doch jetzt die Steel Loot Mission. Ja. Oder hätten wir nur die Countdown-Started-Mission. Feuer. Kugel! Ist mein Freund! Am Ende stellt sich wirklich heraus, dass uns das nichts bringt, weil wir alles verlieren. Das ist ja ziemlich lustig. Dummdi-Dum! weh! Äh! Explanation. Walkthrough! Und dann! Der Hallway, bevor die Elevator ist, und dann! Do not enter the Elevator-Control-Room! Lock straight down, roll and forward zurück, resorting und fahr down. Wo ist denn hier der das fettgedruckte? Ähm! Entering the Armonie! Wir kommen auch leider nicht mehr ganz nach oben. Oh, ich höre draußen die Schüsse. Was denn? Ich verstehe gar nicht, was du redest. Ja? Sie sehen, was das passiert, wenn das passiert. Oh, das war der 2. Klasse. Let's loot the profile. Quit the looting swing. Exist the wound by restarting the game. Back to E3. Committing suicide. Tootoo. Haha. I shot this as I did. Haha. Wenn während der Mission das Objective abgehakt wird, bevor wir den Countdown gestartet haben... ... der Exist scannt via the glitch. Tootoo. 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 Das blockiert Exist zu dem Countdown-Switch. Super! Damit hab ich nicht gerechnet! Verhindert das Abschließende Mission. Wie gesagt. Ah. Haha. Okay. Wir können die Mission einfach nur nicht abschließen. Haha. Okay. Das heißt jetzt was genau? Ach, wir kriegen doch schon noch hin. Du kannst sie abschließen, wenn jemand anders sie nochmal startet, der sie noch nicht fertig hat. Das kriegen wir hin. 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 Was müssen wir denn jetzt machen? Ich glaub wir kommen nicht raus. Moment. Ich geh mal. Saving Content. Please do not turn off your computer. Okay. Warum lachst du da jetzt? Was findest du so lustig? Auch nichts. Ah cool. Ich hab sogar den Missionspunkt Loot stehlen nicht mal mehr. Geil. Ähm. Ich kann dich da raus porten. Ernsthaft? Ja, ich kann doch hier einfach das Missionsgebiet wechseln. Hä? Wo ist denn das Ding für 300.000? Weiß ich nicht. Soll ich mal versuchen dich da raus zu holen? Mach mal. Du bist in der Mitte. Okay. Okay, das ist echt low. Wir haben das Spiel gehackt. Und jetzt müssen wir wieder reingehen und das Ganze nochmal machen. Sodass wir die Mission quasi abschließen können. Richtig? Was? Ich hab dir nicht zugehört. Nochmal. Wir müssen jetzt nochmal rein und dann die Mission abschließen. ist bei dir in der zweite Checkpunkt abgehakt. Ja. Dann solltest du jetzt eigentlich nicht reinkommen können, weil die Tür zum Countdown dicht ist. Wir kriegen das schon hin. Beim nächsten Mal. Ja, das Magazin. Ich wollt grad fragen wann du nachladen musst. Das Magazin hat einfach 100 Schuss. Ich hab sieben Schuss. Ich hab drei. Ich hab seine ganze Muni verballert. Ich wechsle den Revolver mal gegen was sinnvolleres. Wie zum Beispiel. Au. Was droppst du da denn alles? Loot? Ja. Du musst doch damit irgendwas machen. Können wir das nicht... Theoretisch können wir das doch jetzt dauernd machen, oder? Ich glaube, wenn die Mission schon gestartet ist. Also wenn man jetzt neu startet. Ich glaub, du kannst jetzt noch nichts abschließen. Aber ich nix wissen genau. Wie gesagt, ich hab's auch noch nie gemacht. Also falls du Loot verkaufen willst, dann liegt welche rum. Ich geh dann gleich mal. Ganz langsam rückwärts diese Klippe runter. Ich habe fast 6 Millionen. Schön. Du bist du da. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Let's play together. So verkauf ich's halt selbst. Let's loot. What? 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 Boys. Way제가 ist negro blett. Oh. Manykag DO! Untertitelung des ZDF, 2020